Was kulturell sehr beeindruckend und interessant ist, ist das Museum der Gewerke von Leonardo da Vinci, das von der Vereinigung Kreativa Menz geleitet wird. Es liegt im Inneren des Palazzos Pinelli-Vignatelli. Seit 2009 organisiert die kulturelle Vereinigung eine permanente Ausstellung mit dem Titel Leonardo da Vinci in Galatone. Der Kenner von da Vinci, Ingenieur Giuseppe Manisco, hat ca. 70 von seinen Werken wieder aufgebaut. Eine einzigartige und sehr interessante Leerpfad von Kriegsmaschinen, Technologie und Architektur. Hygroskope, Spannbrücken, die auf Boden transportiert werden konnten und die damit mobil waren und noch Anemometer, Kugel, Lager und Kompasse. Es gibt sogar eine voll funktionsfähige Furfmaschine. Alles wird zusätzlich auf Paneelen beschrieben. Eine anregende Reise in physikalische Prinzipien, Kriegsmaterial und Neugier und Anekdoten des außergewöhnlichen Lebens eines Mannes, der die Geheimnisse des Universums entdecken wollte.